Musik War schon mal jemand auf meiner Homepage? www.nichtaufdemundgefallen.com mit der Hand hoch. Okay, da gibt es auf der Startseite einen großen, roten Buzzer. Also, mit der Aufschrift hier nicht klicken. Jetzt raten Sie mal, auf welchem Knopf auf der ganzen Homepage ich die höchste Klickrate habe. Warum? Das steht doch hier nicht klicken. Ach, aber das steht doch hier nicht klicken. Okay, warum sagen Sie denn, warum sagen Sie Ihren Kunden, wir nicht trauen? Warum sagen Sie Ihren Mitarbeitern, bitte kommt nicht zu spät? Warum sagen Sie Ihren Kindern, bitte lüge mich nicht ab? Unser Kind kann das Wort nicht nicht verarbeiten. Er streicht es ersatzlos einfach raus. Was lernen wir daraus? In Zukunft verzichten Sie auf das Nicht, formulieren genau das Gegenteil, formulieren Ihre Aussage positiv. Und Sie haben eine höhere Wirkung. Sie sagen, was derjenige machen soll. und verzichten darauf, ihm zu sagen, was er denn bitte sein lassen soll. Anstatt zu sagen, bitte kommen Sie nicht zu spät, sagen Sie ihm, bitte kommen Sie morgen kündig. Anstatt zu sagen, lüge mich bitte nicht an, sagen Sie, bitte sag die Wahrheit. Lassen Sie das nicht weg, formulieren Sie Ihre Aussage positiv und Sie haben eine größere Wirkung. Untertitelung des ZDF,